Hallo, mein Name ist Christian Holzner vom Schulranzen-Onlineshop in Puchheim. Ich werde Ihnen heute den Ultimate von eSPEC vorstellen. Der Ultimate ist kein typischer Schulrucksack. Seine innovative Einteilung und seine praktische Handhabung machen ihn jedoch zum idealen Begleiter für Schule und Freizeit. Der Ultimate von eSPEC besitzt ein gepolstertes, gestepptes Rückenpolster und schützt die Wirbelsäule durch einen rückennahen Sitz. Die bananenförmigen Tragegurte sind gut gepolstert und angenehm zu tragen. Die spezielle SGS-Auflage sorgt dafür, dass die Tragegurte auch auf glatten Stoffen nicht verrutschen. Die einhändig verstellbaren Tragegurte lassen sich leicht justieren und sorgen dadurch für ein leichtes und gutes Tragegefühl. Mit einem Gesamtgewicht von ca. 800 Gramm gehört der Ultimate zu den leichteren Schulrucksäcken, die momentan auf dem Markt angeboten werden. Mit seinen Abmessungen von 32 x 42 x 26 cm und einem Gesamtvolumen von 42 Litern hat der Ultimate richtig viel Platz für alles, was im Unterricht benötigt wird. Innovativ und praktisch präsentiert sich auch das Innenleben des Ultimate von eSPEC. Zwei große Hauptfächer bieten viel Platz für Hefte, Ringbücher und Unterrichtsmaterialien. Selbst ein breiter Diener Vierordner kann bequem eingesteckt werden. Schwere Bücher kommen in das zweite Hauptfach, das sich direkt am Rücken befindet. Der Schwerpunkt wird zu ergonomisch am Rücken platziert und es können keine Hebelkräfte entstehen. Übersichtlich und praktisch ist auch das mit einem Reißverschluss versehene Vorfach gestaltet. In ihm befindet sich ein Organizer mit mehreren Fächern, in denen ein Handy, Taschenrechner oder ähnliches eingesteckt werden können. Ein abnehmbarer Schlüsselring rundet den guten Gesamteindruck ab. Ein extra Reißverschlussnetzfach, das sich direkt in der Frontklappe befindet, hält zudem viel Platz für kleine Utensilien bereit. Da der Ultimate keine Seitentaschen besitzt, müssen Trinkflaschen und Brotseit im Inneren des Rucksacks untergebracht werden. Dies schränkt das Platzangebot im Inneren natürlich etwas ein. Der stabile und handliche Gummitragengriff sitzt oberhalb des Hauptfaches und garantiert einen idealen Lastenausgleich beim Tragen in der Hand. Der oben angebrachte Riemen sollte nicht zum Tragen verwendet werden, sondern dient zur Befestigung an der Schulbank. Für die Sicherheit im Straßenverkehr sorgen an den Reißverschlüssen angebrachte reflektierende Trotteln. In die Trotteln sind Reflektoren eingewoben, die einfallendes Licht zurückstrahlen und dadurch auch in der Dämmerung für bessere Sichtbarkeit sorgen. Ist der Rucksack gut gefüllt, besitzt dieser einen sicheren und guten Stand. Ist nur ein Teil gefüllt, sollte er angelehnt bzw. gut befestigt werden, sonst kippt er um. Da der Boden keine Füße besitzt, können Feuchtigkeit und Schmutz ungehindert an den Ranzen gelangen. Da der Boden allerdings aus Leder besteht, ist der Inhalt dennoch bestens gegen Schmutz und aufsteigende Feuchtigkeit geschützt. Da das verwendete Corduro-Material besonders unempfindlich gegen Scheuern und Reißen ist, kann der Rucksack auch problemlos gesäubert werden. Der Ultimate von eSPEC ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Deshalb sollte der Rucksack auch mit einer Regenhülle nachgerüstet werden. Diese werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Das kleinere Modell Pinnacle von eSPEC fasst nur 38 Liter Volumen, besitzt keinen ledernen Boden und die Kompressionsriemen auf den Seiten fehlen. Er ist allerdings leichter und in seiner Vortasche befindet sich ein übersichtlicher Organizer. Das ähnliche Modell Provider besitzt zwar nur 33 Liter Volumen, glänzt aber mit einer gepolsterten Laptop-Tasche, in die Laptops bis 15 Zoll eingesteckt werden können. Alle drei Modelle besitzen einen Tragegurt in die rutschfeste SGS-Auflage. Falls Sie noch weitere Fragen zum Ultimate von eSPEC haben, dann scheuen Sie sich bitte nicht unsere Info-Hotline, die Sie jetzt unten eingeblendet sehen, anzurufen. Gerne erhalten Sie von uns weitere Informationen. Nach unserer Meinung ist der Ultimate von eSPEC eine gute Entscheidung. Hier noch einmal seine Vorteile im Überblick. Großes Gesamtvolumen von 42 Litern, gestepptes, angenehmes Rückenpolster, separate Vortasche mit Organizer, rutschfeste SGS-Auflage in den Tragegurten, A4-Ordner können ohne Probleme eingesteckt werden, qualitativ hochwertiger Rucksack für Schule und Freizeit. Das war der Ultimate von eSPEC. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.